Und immer fragt man sich, wo sind sie hin? Die Besitzerinnen und Besitzer der Schuhe? Oder dieses nur einen Schuhs, der manchmal in der Morgendämmerung auf dem Pflaster wartet? Und immer kriegt man einen Schreck, ein Vorzeichen, ein Symbol, eine irdische Hinterlassenschaft. Das wissen wir Deutschen am besten. Das Lebensthema Nationalsozialismus meiner Generation, überwältigend, entsetzlich. Aber das Lebensgefühl der Leute, die damals gelebt haben. Ich finde es wirklich schwierig, weil ich habe mich so ungerne von meinem Kinderglauben getrennt oder heilen lassen, dass ein guter Dichter auch irgendwie ein anständiger Mensch sein müsste. Das habe ich lange geglaubt. Bei Ben bin ich häufig überrascht. Ich habe nie verstanden, warum diese Empathielosigkeit, warum das etwas sein soll, was einen besonders fasziniert. Man muss eine gewisse Trennung von Person und Werk akzeptieren. Kessner hat sich eigentlich entschuldigt damit, dass er nicht emigriert ist, dass er einen großen Roman schreiben wollte über das Dritte Reich. Also, dass, falls er da kein Nazi war, ist so sicher wie nur irgendwas. Aber, wie er selber gesagt hat, ich bin kein sehr mutiger Mensch. Ich kann nur viel ertragen. Alle Erwachsenen in meiner Kindheit hatten die Zeit durchlebt. Die Eltern, die Tanten, die Onkels, die Lehrer, die Taxifahrer. Und das ist mir immer entglitten. Ich konnte nicht finden, wie hat sich das angefühlt. Das ist mir immer bekannt, dass ich zu dir die Zeit mache. Spannungsverteidiger. Spannungsverteidiger. Städte Einladung. Städte Einladung. Städte Einladung. Das ist mir auch vorbei. Vielen Dank.